wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor 21 januar 2022 wir haben eine kurs lücke lukas hat gelernt diese woche dass manchmal die kurslücken geschlossen werden und manchmal nicht also wir gehen mal auf den fünf minuten chart und gucken uns mal gestern an gestern direkt das gap geschlossen hier unten diese zonen die wir gestern eingetragen haben so 12 haben ganz gut funktioniert ja wir hätten ja auch die zone hier noch mal verlängern können ja also die bereiche hier und dann ausbruch da oben und dann richtung big number gelaufen das gap heute ist dann hier zu sehen also so weit entfernt sind wir nicht wir haben heute kleinen verfallstag so und wir bleiben bei den zielmarken daily und big number ist identisch also das kennen wir auch das spiel mit daily und big number aufpassen hier hier also kein so großes risiko eingehen unten herum bei 15 7 dann haben wir 15 57 das wäre hier die zone ja und dann wieder die big number also daily pivo ist heute bei 15.800 06 das heißt wir tendieren eher short diese linie ist das gap gucken wir mal wie der markt heute rein kommt noch mal zu den spielregeln für die blue box also auf eine minute das mache ich jetzt auch kleine boxen als drei die sollten kleiner sein als 30 zu prime time hier sehen wir sehr schöne kleine boxen 19 und 20 aber die sind nicht prime time das ist nämlich gestern abend gewesen hier 16 29 29 box ist dann im zweiten trade nach hause gelaufen 32 kommt für uns nicht in frage sondern kleiner als 30 und dann sehen wir schon an den gestrigen tag die wohler hat gestimmt ja keine so viele kleine boxen links denn die wohler boxen so die wohler box wir kommen heute rein bei 15 7 37 so das heißt zehn punkte entfernt die wohler box heute im hoch bei 37 das ist so mehr oder weniger beim gap also hier so circa kommt die wohler box rein direkt zum markteröffnung kein großes risiko gehen heute ist kleiner verfallstag und die wohler box ist da auch ziemlich dicht beim eröffnungskurs aufschaukelungsgefahr ist hier gegeben und wir sehen es hier an der dax gestern ja erst nachmittags abends ging wir in diese wohler in die boxen rein gucken wir wie es denn heute wird okay wie morgen fangen wir an groß wetterbericht und ich fange heute wieder an von unten nach oben uns rauszuschauen und wir fangen an bei der bei den kryptos so daily ethereum short vier stunde short stunde short 30 short 15 short und fünf minuten auch short da ist klar die tendenz es geht weiter richtung süden und wir sind definitiv jetzt in den kryptowinter angekommen denke ich mir und die achtung bitcoin ist unter die 40.000er marke wieder gelaufen neue lows hier daily wir sind bei 38.800 bleiben jetzt mal ein bisschen stehen bei den kryptos wechseln jetzt mal sehr schön mal auf unser tagestrade tage strategie pro so da sehen wir wenn wir das mal ein bisschen kleiner machen wir haben hier das tief dieses tief war vom mai letzten jahres auf wochenbasis und das lag letztes jahr im mai bei 28.000 und dann gab es dieses diese neue welle wenn wir jetzt die fibonacci mal nehmen und die von unten nach oben legen dann sind wir bei 61 war das 44 sind wir durch jetzt sind wir 78 also eigentlich wenn er hier nicht hält bei diesem level das ist das letzte level dann ist der breakout hier und dann wenn er das die 28 bricht dann haben wir die nächste zone 17.000 so und wenn wir das ganze vom coronativ nehmen wenn da war letztendlich der markt ja auch noch mal zurückgekommen mal gucken dass wir das irgendwie verschieben so das coronativ im bitcoin märz das nach oben werfen denn sehen wir das ganze ein bisschen noch ein bisschen klarer denn das 61,8 retracement liegt bei 28.000 das haben wir eben gesehen das ist der breakout das heißt hier muss hier ist die bastion der game changer da diese zone muss halten technisch von den fibos her auch theoretisch dass der markt dahin laufen soll wenn er das nicht schafft dann wird es wie man so schön sagt kann es ungemütlich werden jetzt ist ja schon ungemütlich für die leute die dabei knapp 70.000 eingestiegen sind ja sehr sehr volatil ja aber so ist es wo gehobelt wird fallen auch späne vorlage zickzack linie gehen wir wieder zurück in unsere templates so daily short vier stunde short stunde 30 15 5 alles short nächster markt in unserer rubrik wetter bericht ist der dow jones wenn mich das nicht täuscht hier da haben wir ihn so dow jones lukas long oder short oh guck mal die kerze ist darunter siehst du genau du hast dich daran orientiert aber das ist die kerze aktuell also short hier genau vier stunde genau stunde short 30 short 15 short und fünf minuten und da sehen wir bei der technologie börse nasdaq wo wir uns befinden und auch hier können wir mal das letzte tief auf wochenbasis mit dem letzten hoch verbinden und da sehen wir bei der technologie börse nasdaq wo wir und das heißt wenn der markt hier bin korrigiert und dann hier dreht bei diesem level 14 5 dann bedeutet das ein extrem starker aufwärtstrend der einfach bisschen luft holt hier unten runter für die einen anderen die technologie börse haben und gerade die wachstumswerte die sind teilweise 50 prozent günstiger aber wenn man sich diesen chart anschaut und sagt woher man kommt dann ist das ja schnell und einfach zu sehen was das problem bei den shorts ist es geht halt viel viel schneller als dass der markt steigt so daily sind für short vier stunde short stunde sind wir short 30 15 und 15 für long ok nächster markt ist öl jr ewing mein lieblingsmarkt so öl ist long auf daily vier stunde long stunde short 30 short 15 short und 5 long gold daily long vier stunde long stunde long 30 short 15 short und 5 minuten auch short und der letzte markt ist gut old german dax daily short 4 stunde short stunde short 30 short 15 und 5 auch short so und jetzt bedeutet das von uns für uns wir bereiten uns vor im hinterkopf haben wir den kleinen verfalls tag aber ansonsten gehen wir normales risiko ein nicht heute erhöhtes risiko ja und wir sehen die zonen big number 15 7 werde ich erstmal aktivieren 15 707 gehen belong oder 15 1692 gehen wir short und bei 37 circa kommt die vola box rein die werden wir dann auch aktivieren vielleicht kommt auch noch eine blue box rein das wird abzuwarten sein 8 uhr 1 und 14 wir sehen eine orange box big number 15 707 wir haben das kept noch offen gleich gibt es auch eine vola box bei 37 circa 25 sekunden noch hand nächste zielmarke 15 650 unterhalb wenn er weiter unterlaufen sollte gas wir gehen auf angepasst und jetzt haben wir bei 35 da ab 22 eigentlich ist schon hier da wo unser tp ist fängt die vola box auch schon an also gehen jetzt mal heute in diese zone rein etwas höher so big number 15 7 dritter trade rein 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.